Da hinten liegt so viel Müll herum, das ist einfach unglaublich und zwei von den fetten habe ich schon weggeführt und jetzt mache ich noch ein bisschen weiter, Runde 3, Runde 4 habe ich wahrscheinlich dann Gesellschaft Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind mir gerade irgendwie die Handschuhe ausgegangen, dachte ich kaufe mir mal ein paar neue, aber in Italien gibt es alles nur in klein Jetzt habe ich die große, schwarze, 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 schwarze ... ... die die Boat zurück zu bringen, um die andere Seite des Baus zu haben Ah, great. Es ist schon schwer die Säcke, aber glücklicherweise ist es schon mal noch ein Thema. Mein Nachbar in der Marina, wie ein Segler, der jetzt hat sich auch mal einen Sack genommen und mal voll gemacht. Das kann ich eigentlich auch nur jedem mal ans Herz legen. Da soll er einfach mal einen Sack so richtig voll machen und den mal abtransportieren in einen Container. So kann jeder schon ein bisschen was dazu beitragen. Schau mal, da geht der Tim mit seinem Sack da. Das ist eigentlich ein Plastik-Wonderland. Du kannst all sorts of, all varieties of Plastik on this beach. There are some sports shoes, plastic bottles. Invite your children, your friends, come to Plastik Beach in Brindisi. Leute, ich kann nur sagen, wir sind hier in Brindisi noch lange nicht fertig. und werden es wohl auch heute und morgen und überhaupt niemals werden. Und deswegen kann ich nur allen empfehlen, kommt nach Brindisi, räumt ein bisschen Müll weg. Und dann wird es hier auch wieder schön. Und dann wird es hier auch wieder schön. , es gibt es hier auch wieder sehr gut. Und dann wird es hier auch wieder näineln. Leute, ich möchte dich STUD. Und deswegen würde ich die Ausbildung interessieren. Und dann komme ich zum Beispiel. moderator aufента进sene Ding. Send dich für Stadtmuseum an Leo machen. Untertitelung des ZDF, 2020